Diese Stunts, die hier gezeigt werden, bitte nicht zu Hause nachmachen, wir sind, das ist von keinem Profi gemacht und nichts, also, lasst das. Unten das Stück wird ein bisschen knifflig. Los, mal jetzt noch eine Ansage. So, wie fandst du denn das? Das war eine ordne Sache. Hey! Du Arschloch, Alter, ist ein Sand, los! Ach du Scheiße, doch vorne! Ich fahre jetzt ohne Brille. Ich bin blind. Let's do it, motherfuckers. Du A$$! Ich hatte einen Glatt im Mund.